Rudolf Hess! Ich schwöre Adolf Hitler unerschütterliche Treue. 10. Mai 1941. Rudolf Hess fliegt nach England. Warum? Der Flug macht ihn zum Mythos. Ich bereue nicht. 46 Jahre Haft und nie ein Wort der Reue. Im Fichtelgebirge die kleine Stadt Wunsiedel, Heimat der Familie Hess. Und jedes Jahr im August Treffpunkt der rechten Szene. Neonazis aus ganz Europa pilgern hierher, zum Todestag von Rudolf Hess. Der Friedhof, ihr eigentliches Ziel, ist Sperrgebiet für die Demonstranten. Auf seinem Grabstein steht, ich hab's gewagt. Wer war Rudolf Hess und was hat er gewagt? Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Hitler! Dich, Sie, 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 Sie! Geboren wird Rudolf Hess 1894 in Alexandria. Vom Leben der Ägypter bleibt er abgeschottet. Der Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie wächst deutsch auf. Zum Weltbürger wird er nicht erzogen. Zu Hause ist es eben deutscher als deutsch fast zugegangen, weil wir sehr stark mit Deutschland verbunden waren, wie die Auslandsdeutschen an und für sich meistens oder überhaupt. Als Stellvertreter Hitlers wird Hess später Ägypten wiedersehen. Da ist aus seinem Nationalismus... Die Völker unterscheiden sich voneinander durch ihre höheren und geringeren Rasseeigenschaften. Die Rasseeigenschaften des deutschen Volkes gehören aber zu den besten der Welt. Der Vater führt in der Familie ein strenges Regiment. Er will, dass sein ältester Sohn einmal die Firma übernimmt. Rudolfs naturwissenschaftliche Neigungen interessieren ihn nicht. Er ist 14 Jahre alt, als ihn der Vater zur Ausbildung nach Deutschland schickt. Im Rückblick wird er später schreiben. Als wenn mal der liebe Vater feierlich die ernste Frage an mich stellte, was ich werden wollte. In dem Ton, bei dem allein uns schon das Blut zu gerinnen drohte, da kam es mir gar nicht in den Sinn, etwas anderes zu stottern als Kaufmann. In einem Internat, dem Godesberger Deutschen Haus, macht Hess den Realschulabschluss. Später in Hamburg eine Kaufmannslehre. Sommer 1914. Mobilmachung für den Ersten Weltkrieg. Für Rudolf Hess ist es die Chance, aus dem vom Vater bestimmten Leben auszubrechen. Hess meldet sich sofort freiwillig und wartet ungeduldig auf seinen Marschbefehl. Der Fronteinsatz. Für Hess eine nationale Pflicht, das grausame Kriegsgeschehen, ein herrliches Abenteuer. Begeistert schreibt er seinen Eltern. Brennende Ortschaften, packend schön. Krieg. Im Herbst 1917 wechselt Hess zur Luftwaffe. Doch der leidenschaftliche Flieger kommt nicht mehr zum Einsatz. Der Krieg ist aus. Deutschland muss in einem Eisenbahnwaggon bei Compiègne den Waffenstillstand unterschreiben. Der Nationalstolz des jungen Hess ist tief getroffen. Entsetzt schreibt er seinen Eltern. An den Frieden darf man nicht denken. Das Einzige, was mich hochhält, ist die Hoffnung auf den Tag der Rache. Der Versailler Vertrag. Ein Schock. Das führende Vertreter der Weimarer Republik Juden sind, schürt den Antisemitismus. Auch Hess glaubt an die Deutschstoßlegende, wonach jüdische und linke Vaterlandsverräter der siegreichen Armee in den Rücken gefallen sind. Ich selbst war bis dahin kein Antisemit. Die Tatsachen von 1918 und später waren aber so in die Augen springend, dass ich mich zum Antisemitismus bekehren musste. Rudolf Hess geht nach München. Hier beginnt er ein Volkswirtschaftsstudium an der Ludwig-Maximilian-Universität. Und er hört Vorlesungen über Geopolitik, die ihn faszinieren. Er lernt, dass es Völker gibt, die zum Herrschen bestimmt sind und deshalb um Lebensraum kämpfen müssen. Die Theorie von Professor Karl Haushofer. In Mein Kampf werden Hess und Hitler sie später aufgreifen. Und der verehrte Professor wird zum väterlichen Freund seines Studenten Rudolf Hess geworden sein. Für meinen Vater war der junge Hess einer von den, hätte ich fast gesagt, zahlreichen jungen Offizieren, die also aus dem Krieg herauskamen, noch ohne einen rechten Boden unter die Füße bekommen zu haben und die man irgendwie ins Leben hineinführen musste. Und das war für ihn eine Erziehungsaufgabe. Zur selben Zeit in derselben Stadt. Der gefreite Adolf Hitler kommt zurück nach München. Mittellos, ohne Perspektive, stößt er 1919 zur Deutschen Arbeiterpartei, die sich im Hinterzimmer des Bierkellers Sterneckerbräu trifft. Im Februar 1920 reist Hitler die Führung der Partei an sich, die Geburtsstunde der NSDAP. Aus dem ersten Parteibüro werden die Nazis im Dritten Reich ein Museum machen. Hitler bewohnt ein kleines karges Zimmer in Schwabing, Tierstraße 41. Wenige Straßen von Hess entfernt. Während Hitler sich als politischer Redner in Bierkellern durchschlägt, radelt Hess als Vertreter einer Möbelfirma durch München, um sein Studium zu finanzieren. Bald werden sich ihre Wege kreuzen. Rudolf Hess wohnt mit anderen Studenten aus Gutem Hause in einer Schwabinger Pension. Zum Studium bleibt ihm nicht viel Zeit. Hess hat sich dem republikfeindlichen Freikorps-App angeschlossen, um gegen die rote Gefahr zu kämpfen. Wie in anderen deutschen Städten herrschen auch in München bürgerkriegsähnliche Zustände. Und Hess sucht Halt bei rechtsextremen und völkischen Gegnern der Weimarer Republik, wie der Thule-Gesellschaft. Im noblen Hotel vier Jahreszeiten trifft sich diese antisemitische Sekte. Auch hier ist Hess Mitglied. Hitler hört er erstmals im Sterneckerbräu. Es ist Frühjahr 1920. Hess hat seinen Führer gefunden. Da entsinne ich mich also sehr genau. Da schoss er mal abends herein, weil er also erklärte, wir müssten mit ihm in dieses Sterneckerbräu gehen und müssten diesen Mann, diesen Adolf Hitler, sprechen hören. Das wäre also ein unerhörtes Erlebnis. Und er wäre überzeugt, dass nun endlich der Mensch da wäre, der den Friedensschluss von 1918 wieder wettmachen würde. Als Mitglied Nummer 16 tritt Rudolf Hess wenig später in die NSDAP ein. Für Hitler lässt sich auch seine Freundin und spätere Frau Ilse begeistern. Was sie zum Eintritt in die Partei veranlasst? 1938 schreibt sie in einem Fragebogen. Der Besuch eines Sprechabends mit Adolf Hitler im Sterneckerbräu. Wo sie überall dabei war? Eigentlich überall in den ersten Jahren, in jeder Versammlung. Aber als Frau natürlich stets passiv. Auf ihren Spaziergängen im Englischen Garten versucht Hess auch seinen Professor für Hitler zu gewinnen. Aber Karl Haushofer nimmt Hitler nicht richtig ernst. Hinzu kommt, seine Frau Martha ist jüdischer Herkunft. Später wird Hess solche Ehen verbieten. Die Rasseeigenschaften des deutschen Volkes gehören zu den besten der Welt. Und vor allem dürfen die nicht vermengt werden mit den jüdischen Rasseeigenschaften. Der Herrgott hat unser Volk ausgezeichnet vor anderen. Ihm sind wir schuldig, es nicht allmählich herabdinken zu lassen auf die Stube von niederen Volkern. Mein Großvater war der väterliche Freund. Und dann hat Hess ja später Hitler kennengelernt. Und mein Großvater hat mit Hitler eigentlich nichts anfangen können. Da gibt es die Geschichte, die mir mein Vater erzählt hat. Dass ihm sein Vater eines schönen Tages den Vorschlag machte, doch mit ihm zusammen zu einem Tee ins Carlton zu gehen. Da gab es so ein paar Münchner Damen, die also Hitler sehr gefördert haben, Bruckmann und dergleichen. Und mein Großvater sagte zu meinem Vater, du, da wirst du einen komischen Vogel kennenlernen. Der Student Rudolf Hess sieht in diesem komischen Vogel den Mann, der Deutschland wieder zur Höhe führt. So der Titel des Aufsatzes, mit dem Hess 1922 sogar ein Preisausschreiben gewinnt. Darin zeichnet er den Führer, dem er fortan folgen wird. Er hat einzig und allein vor Augen sein Ziel zu erreichen, stampft er auch dabei über seine nächsten Freunde hinweg. Im November 1923 will der von Hess ersehnte Diktator die Macht an sich reißen. Im Bürgerbräukeller stürmt Hitler eine politische Versammlung und lässt Geiseln nehmen. Hess soll sie außerhalb von München verstecken. Unterdessen bläst Hitler zum Marsch auf Berlin. Doch bereits an der Feldherrenhalle stoppt die Polizei den Zug. Hitler wird verhaftet. Hess kann fliehen und taucht zunächst unter. Als Staatsfeinde werden die Putschisten im sogenannten Hitler-Prozess aber nicht behandelt. Hitler, zwar zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, wird nur neun Monate absitzen müssen. Hess stellt sich freiwillig und kommt ebenfalls nach Landsberg. An seine Mutter schreibt er, So bin ich glücklich, hier gelandet und kann täglich zusammen sein mit dem prachtvollen Menschen, mit Hitler. Hess beschreibt die Zimmeraufteilung und schwärmt von den komfortablen Haftbedingungen. Man sitze bei Kaffee und Kuchen in gemütlichen Korbsesseln. Herrlich auch das heiße Bad. Im modernen, nur für uns bestimmten Badezimmer. In Landsberg schreibt Hitler Mein Kampf. Der Führer diktiert, Hess tippt. Sätze wie Der Jude ist immer nur Parasit im Körper anderer Völker. Wir werden die Gesundheit nur wiederfinden, wenn wir den Juden eliminieren. Nach der Arbeit an Mein Kampf wird Hess wie kaum ein anderer die politischen Ziele Hitlers verinnerlicht haben. Er schreibt, Nach der Haftentlassung und Neugründung der NSDAP macht Hitler Hess zu seinem Privatsekretär. Gleich einem Schatten folgt er nun seinem Führer. Hinter vorgehaltener Hand wird er Fräulein Hess genannt. 1927 drängt Hitler Hess, seine Verlobte Ilse Pröhl zu heiraten. Auch um Gerüchte über homosexuelle Neigungen aus der Welt zu schaffen. In der Villa der Familie Bruckmann feiert das Paar Hochzeit. Adolf Hitler und Karl Haushofer sind die Trauzeugen. Die Gerüchte um Hess' Homosexualität aber bleiben. Die Ehe steht ganz im Schatten der Liebe zum Führer. Ilse schreibt, Was die ehelichen Pflichten anbelangt, so komme ich mir manchmal vor wie eine Klosterschülerin. Sportpalast November 1928. Hitler tritt erstmals in Berlin auf. Ein Erfolg. Aber noch dauert es, bis alle dem Führer so bedingungslos folgen, wie Hess es verlangt. Mit Stolz sehen wir, einer bleibt von aller Kritik eben ausgeschlossen. Das ist der Führer selbst. Er hatte immer Recht und er wird immer Recht haben. Wir glauben daran, dass der Führer einer höheren Berufung folgt. Hess spinnt im Hintergrund die Fäden. Er organisiert die Auftritte und studiert mit Hitler seine Reden ein. Die Nähe zum Führer und die selbstlose Arbeit für die Bewegung werden zum einzigen Lebensinhalt. Seinen Eltern schreibt Hess. In Tribunen erkenne ich als Führer an. Zu ihm stehe ich in einem persönlichen Vertrauensverhältnis. Sonst hat mir niemand etwas drein zu reden. Der Führer, den das Flugzeug nach Allengauen Deutschlands geführt hatte, traf auf den Flughafen von Königsberg ein. 30.000 Kilometer legt Hitler allein 1932 zurück. 200 Auftritte. Er will Wahlen gewinnen, um nun die NSDAP auf legalem Weg an die Macht zu bringen. 30. Januar 1933. Die Machtergreifung Hitlers. Der vielleicht glücklichste Moment im Leben von Rudolf Hess. Hess schreibt an Ilse. Träum ich oder wache ich? Das ist hier die Frage. Auf dem Hartschimmelhof, dem Landgut von Professor Karl Haushofer, wird nicht gefeiert. Seine Frau Martha hat Angst. Was wird nun aus ihr? Was aus ihrer jüdischen Verwandtschaft? In der Familienchronik schreibt sie. Sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten. Siegesfeier mit sehr besorgtem Sinn angehört. In der Nacht Überfall durch einen Trupp bewaffneter SA. Aber frühmorgens Rudolf Hess angerufen. Um mich zu beruhigen, kam er selbst. Und hinterließ schriftliches Verbot jeder weiteren Belästigung. Karl Haushofer pflanzt eine Eiche für Hess. Zeichen der Freundschaft mit seinem einstigen Studenten, auf dessen Loyalität er nun angewiesen ist. Tatsächlich kann er sich auf Hess verlassen und macht sogar eine beachtliche Karriere im Dritten Reich. Haushofer wird Leiter des Volksdeutschen Rates. Was das Verhältnis zu den Juden betraf, bin ich persönlich felsenfest davon überzeugt, dass meinem Großvater eigentlich nie bewusst geworden ist, was da tatsächlich passiert. Mein Großvater hat sich da auch sicher etwas verhalten wie die berühmten Drei Affen. Nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen. 1. April 1933. Die Nationalsozialisten rufen zum Judenboykott auf. Wenig später das 1. KZ in Dachau. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch schlagrennen. Hess triumphiert. Als Stellvertreter des Führers in der NSDAP darf er nun allen Mitgliedern Weisungen erteilen. Ihr, die ihr zur Vereidigung angetreten seid, erhebt euren Arm zum Schwur und sprecht mir nach. Ich höre an uns getraten und erfrüchtliche Treue. Ich höre an uns getraten und erfrüchtliche Treue. Unbedingten Gehorsam. Unbedingten Gehorsam. Sieg! Hei! Außerdem wird Rudolf Hess Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Damit wird er künftig Gesetze im Sinne der NS-Ideologie mitgestärkt. Hei! Hess auf dem Höhepunkt der Macht. Er inszeniert die Parteitage und schwört die Massen auf den Führer ein. Denn wir haben den Glauben, dass der Höchste uns den Führer gesandt zur Rettung aus tiefster Not. Indem wir zum Führer stehen, erfüllen wir den Willen dessen, der uns den Führer gesandt. Der geliebte Führer lässt im Sommer 1934 SA-Chef Ernst Röhm ermorden. Hunderte von SA-Leuten müssen sterben, weil die Kampftruppe mit der Wehrmacht konkurriert, die Hitler für seine Kriegspläne braucht. Zugleich setzt Hitler mit der Ermordung des homosexuellen Röhm ein Zeichen gegen diese unglückliche Veranlagung. Die wird ja auch Hess nachgesagt, der vielleicht gerade deshalb keine Gnade kennt. Der Führer hat die Schuldigen bestraft. Unser Verhältnis zur SA ist damit wieder das Alte. So rechtfertigt Hess öffentlich die Morde an den einstigen Weggefährten. Es spricht der Führer. Hess ist überzeugt, andere mögen in Ungnade fallen, er nicht. Hess vertraut auf das starke Band der frühen Tage, das ihn mit dem Führer verbindet. Die Familie war sich sehr klar darüber, dass da doch eine enorme Gefährdung war. Und an meinen Großvater ist man ja auch herangetreten und hat probiert zu erreichen, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt. Was er nicht getan hat. Die Freundschaft zu Karl Haushofer bedeutet Hess viel. Doch den Söhnen hilft er nur zögerlich. Für Hess sind sie jüdisch versippt. Dennoch, Albrecht Haushofer wird sogar Leiter eines politischen Instituts, später Berater im Außenministerium. Als Reichsminister unterschreibt Hess nicht nur die Nürnberger Gesetze. Er setzt sich auch für schärfste Ausführungsbestimmungen ein. Es wird streng unterschieden zwischen Dreiviertel- und Halbjuden, blutmäßigen Juden und Mischlingen. Denn wie ein Fluch liegt es auf diesem jüdischen Volke, Rasseeigenschaften und Rasseeigenheiten zu besitzen, die nun einmal zu den schlechtesten der Welt gehören. Und wir können nicht zulassen, dass dieser Fluch auf unser eigenes Volk übertragen wird, indem es sich mit dem Jüdischen mischt. Das Brauner Haus in München, die Parteizentrale. Hess ist der Moralapostel der Bewegung, der ständig seine Genossen diszipliniert. Den Umgang mit Juden hat er seinen Parteigenossen schon lange untersagt. Er hat sich ja die Klagemauer der Partei genannt. Es kamen natürlich viele Briefe davor. Der beschwerte sich über das, der beschwerte sich über das. Er ist jedem Einzelnen, musste nachgegangen werden. Da wurde ein Ortsgruppenleiter abgesetzt, da wurde der Kreisleiter abgesetzt. Das kam nach außen hin, nicht irgendwie ans Licht. Das war so sein Bereich. Er hat praktisch den Mist immer beseitigen müssen. Hess will vorbildliche Parteiführer, die nicht rauchen, nicht saufen, nicht rasen, nicht prassen. Er verliert sich im moralischen Kleinkrieg. Sein ehrgeiziger Stabsleiter nutzt das aus. Hess hatte nicht den Einfluss eines Stellvertreters, auch nicht in der Partei. Insbesondere hat etwa ab 1935, 1936 sich der Einfluss von Martin Bormann geltend gemacht, der es verstand, sich bei Hitler, in der persönlichen Umgebung einzunisten. Und der mehr und mehr als Vertreter von Hess dort an Einfluss gewann und Hess in den Schatten stellte. Dem Idealisten Hess fehlt es an Machtinstinkt. Im Volk ist der immer bescheiden wirkende Stellvertreter aber sehr beliebt. Der Hess war für uns an und für sich kein Politiker in dem Sinne, der sich da hinstellt und einen großen Mann markiert, sondern ein ganz ruhiger Vertreter, mit dem man sprechen konnte, wie mit jemandem, mit den Nachbarn oder was. Lorenz Heiß trifft den Stellvertreter beim Wettflug rund um die Zugspitze 1934, den Hess gewinnt. Er lernt ihn als leidenschaftlichen Flieger und wahren Kameraden kennen. Für Hess ist die Volksgemeinschaft keine leere Propaganda, sondern Mission. Bei den Olympischen Spielen 1936 soll den ausländischen Besuchern verborgen bleiben, dass Juden längst nicht mehr zu dieser Volksgemeinschaft gehören. Hess gibt Weisung, einschlägige Schilder vorübergehend zu entfernen. Für wenige Wochen wirkt Deutschland weltoffen und friedlich, verbirgt sein wahres Gesicht. Hitler hat längst begonnen, für den Krieg aufzurüsten, während sein Stellvertreter bei jeder Gelegenheit den deutschen Friedenswillen beteuert. Deutschland will keinen Krieg. Deutschland will den wahrhaften Frieden. Sommer 1935. Hess und Hitler plaudern mit englischen Frontkämpfern. Schon in Mein Kampf steht, die Engländer rassisch-ebenbürtig seien die natürlichen Verbündeten gegen den Bolschewismus. Der Führerbau. Hier erringt Hitler im September 1938 einen Etappensieg über seine verehrten Engländer. Durch das Münchner Abkommen erhält er das Sudetenland. Auch England glaubt, damit den Frieden gerettet zu haben. Erleichterter Jubel, bei Chamberlains Rückkehr. Keine zwei Monate später. Der Tag nach der Pogromnacht vom 9. November 1938. Auf dem Hartschimmelhof herrscht Entsetzen. Martha Haushofer notiert in der Familienchronik. In ganz Deutschland Judenpogrom mit wüsten Ausschreitungen und Verbrennung von Synagogen. Tags drauf Familienfest bei Hess. Namensweihe, also unkirchliche Taufe des einjährigen Buben. An sich schöne, würdige Feier, aber infolge der gestrigen Vorgänge unsere innere Haltung zwiespältig. Vier Tage später bekommt Martha per Eilpost einen Schutzbrief. Hess schreibt, Generalprofessor Dr. Karl Haushofer ist einwandfrei arischer Abstammung. Seine Frau Martha, geborene Mayados, ist keine Jüdin im Sinne der Nürnberger Gesetze, was ich anhand mir vorgelegner Stammbäume festgestellt habe. Ich verbiete jede Behelligung oder Haussuchung. Martha hofft, dass Hess auch ihren jüdischen Verwandten helfen wird. Else Schlink, ihre Großcousine aus Hamburg, mit der sie gut befreundet ist, schreibt verzweifelt an Martha. Ist alles leichter zu regeln, wenn ich aus dem Leben gehe? Ihr arischer Ehemann Julius Schlink möchte seine Frau mithilfe von Hess wenigstens zum Mischling erklären lassen. Er schreibt zahlreiche Briefe an die Haushofers, die versuchen zu vermitteln, vergeblich. Hess feiert unterdessen die vermeintlichen Erfolge seiner Rassenpolitik. Betrachten Sie nur einmal, welche Fortschritte schon heute der Prozess rassischer Gesundung in unserem Volk gemacht hat. Ich behaupte, auch die Gesichtsform ist rassisch sauberer geworden. Wir sehen viel mehr blonde junge Menschen. Ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage, die gesamte heranwachsende deutsche Generation ist rassisch besser geworden. Die Haltung der Dienststelle Hess macht sein Ministerialdirektor Sommer 1936 unmissverständlich klar. Vom Standpunkt der NSDAP aus könne entsprechend dem Parteiprogramm die Judenfrage erst dann als gelöst angesehen werden, wenn es in Deutschland keinen Juden mehr gibt. September 1939. Mit dem Überfall auf Polen beginnt Hitlers Erobfeldzug in Europa. Andächtig lauscht Hess im Reichstag der Kriegserklärung seines Führers. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und seit Polen. Seit Kriegsbeginn ist Hess nach Göring designierter Nachfolger Hitlers. Der dritte Mann im Dritten Reich. Eine formale Anerkennung treuer Dienste, mehr nicht. Hess sitzt mit Vertreterinnen des BDM, des Bundes Deutscher Mädel, bei Kaffee und Kuchen. Die Marschroute für den Krieg legt Hitler mit anderen fest. Als Hitler Skandinavien überfällt, erfährt Hess das aus dem Radio. Im Hauptquartier ist er unerwünscht. An einen Besuch kann sich Rochos Misch, Leibwächter von Adolf Hitler, gut erinnern. Wir waren im Hauptquartier, da kam er da auch an und Hitler ging da Richtung Casino. Da trafen sich beide, sagt Hitler, ja Hess, was wollen Sie denn hier? Naja, Hess wollte genehmigen, dass er fliegen darf. Er möchte dann wenigstens als Kurierflieger eingesetzt werden, denn er hatte sonst keine Aufgabe. Da hat der Hitler zum Verenengleiche Kurierflieger. Sie haben ab sofort Flugverbot unter Göring auch. Während sich beim Führer andere anbiedern wie Ribbentrop oder Goebbels, gerät Hess immer mehr ins Abseits. Er zieht sich zurück, fest überzeugt, geistig ist er dem Führer sowieso näher als alle anderen. Psychiater, die ihn später im Nürnberger Prozess untersuchen, gehen davon aus, dass Rudolf Hess schon in dieser Zeit psychisch und körperlich krank ist. Der Tag der Rache. Im Sommer 1940 ist er für Hess endlich gekommen. Und Hitler erlaubt ihm, dabei zu sein. Frankreich muss am selben Ort kapitulieren wie Deutschland einst 1918. In einem Eisenbahnwaggon bei Compiègne. Die Freude über den Blitzsieg wird auf dem Hartschimmelhof geteilt. Auch Hess-Freund Karl Haushofer sieht die Revision des Versailler Vertrages mit Genugtuung. Aber die Haushofers machen sich immer noch Sorgen um die jüdische Großcousine Else Schlink. Wiederholt haben sie Hess gebeten, sich für sie zu verwenden. Am Ende zahlt Julius Schlink für die Rettung seiner Frau. Mein Großvater ist zu den Funktionären des Nationalsozialismus gegangen. Ob es nun Rudolf Hess war oder ob es Herr Goebbels war. Und hat einen Teil seines Vermögens, den in den Rachen geschmissen und seine Frau eigentlich freigekauft. Was anderes war es gar nicht. Meine Großmutter wäre so sicher wie das Amen in der Kirche eines Tages abgeholt worden in ein KZ. Sie war voll Jüdin. Else Schlink, Marthas Großcousine, kann ein wenig aufatmen. Aber was ist mit ihrem Bruder Karl-Erich Mayer und dessen Frau Luz? Auch sie sind voll Juden. Das Familienunternehmen ist längst arisiert. Ihre Villa in Mannheim wird beschlagt werden. Als sie später den Judenstern tragen sollen, verlassen sie nicht mehr das Haus. Es wird ein Warten auf den Deportationsbescheid. Luftalarm in England. Hitler will die Briten friedensreif bomben. Sie zwingen seine Friedensbedingungen zu akzeptieren. Doch die haben ihre historische Lektion gelernt. Wir werden unter gar keinen Umständen mit ihm verhandeln. Zu keinem Zeitpunkt und über keinen Vorschlag. In London hat man jetzt erkannt, welche Gefahr von Nazi-Deutschland ausgeht. Churchill lehnt alle Friedensangebote ab. Hitler lädt zum Essen auf den Obersalzberg. Auch Hess soll diesmal zu Gast sein. Und der Führer bekommt wieder mal schlechte Nachrichten aus England. Es ist Sommer 1940. Auf dem Obersalzberg ist auch Rochos Misch. Und so zum Ende des Essen, da brachte ein Bote, eine Adonanz, eine Depesche auch. Der Führer liest das und sagt, mein Gott, was soll ich aber noch tun? Ich kann doch nicht hinfliegen, mal auf die Knie in die Knie werfen. Der Hess hat sich in dem Moment gesagt, wie Hitler sich geäußert hat. Nein, das kann er nicht. Aber ich, ich kann das. Das weiß ich wieder von seinem Diener. Wir waren doch alle miteinander befreundet. Das hat der Hess sich dann schon ziemlich frühzeitig verabschiedet. Ihm fände ich gut oder was. Da hat Hitler zu ihm gesagt, Hess, lassen Sie mal gründlich untersuchen. Dauernd mit ihren Krankheiten. Hess bevorzugt alternative Heilmethoden, wie die Hochfrequenztherapie. Er hat Magen- und Verdauungsprobleme. Das Faible des kränkelnden Stellvertreters für die alternative Medizin wird spöttisch belächelt. Das Institut Zeileis in Oberösterreich, wo Hess Heilung sucht, halten viele Parteigenossen für einen obskuren Zauberladen. Rudolf Hess war zweimal in Galsbach. Einmal im Jahr 40 und einmal im Jahr 41. Im Jahr 41, 14 Tage, bevor er nach England gegangen ist. Er hat scheinbar gesundheitliche Probleme gehabt. Ich war damals noch nicht medizinisch tätig. Ich weiß es nur aus Erzählungen von meinem Vater. Und er hat eben Probleme gehabt und wollte vor allem Ruhe haben. Im Spätsommer 1940 ist Rudolf Hess hier erstmals zur Kur. Und ich habe ja auch gehört, dass er zum Beispiel aus dem Hotel davongelaufen ist und dann von seinen Bewachern gesucht worden ist im Wald. Stellen Sie sich nicht vor, wenn in Galsbach der Stellvertreter des Führers abhanden kommt. Hess sucht Ruhe, auch weil er ungestört mit Albrecht Haushofer sprechen will. Den Englandkenner und Sohn seines besten Freundes zitiert er nach Galsbach, um mit ihm Möglichkeiten eines deutsch-englischen Friedens zu erörtern. Über das Vier-Augen-Gespräch verfasst Albrecht Haushofer einen schriftlichen Bericht. Er ahnt nicht, was Hess wirklich vorhat, glaubt aber, dass das Gespräch nicht ohne Wissen des Führers geführt wurde. Albrecht Haushofer versucht, Hess in Galsbach klarzumachen, dass es in England niemanden mehr gibt, der mit Hitler noch über einen Frieden verhandeln will. Aber Hess bittet Albrecht, über mögliche Kontaktpersonen nachzudenken. Er ist unbeirrbar. Ich war da dabei mit Maschine und Fernschreibung mit dem ganzen Zeug. Und da hat er mir im Garten von Professor Zeileis eine Rede diktiert, die er vor englischen Offizieren halten wollte. Da hat er eben in der Rede eben auch gesagt, also man muss schauen, dass man zum Frieden kommt. Und machen wir halt ein Gentleman Agreement. Wir haben euch viel kaputt gemacht, ihr habt uns viel kaputt gemacht. Aber bitte jetzt zusammenstehen gegen Russland. Und da habe ich mir dann schon gedacht, mein Gott. Und da hat er mir aber dann damals gesagt, Schrödelchen, Sie geben mir Ihr Ehrenwort, dass Sie mit niemandem über diese Rede sprechen. Albrecht Haushofer schlägt schließlich seinen englischen Freund, den Herzog von Hamilton, als Kontaktperson vor. Im Auftrag von Hess schreibt er ihm am 23. September 1940 einen Brief. Albrecht schlägt ein Gespräch auf neutralem Boden in Lissabon vor. Die Adresse einer Freundin der Haushofers dient als Deckadresse. Warum aber schreibt Albrecht Haushofer an den Herzog von Hamilton? Was er Hess wohl gesagt hat, war, dass mein Vater der junge Herzog von Hamilton der engste seiner englischen Freunde ist und dass er jederzeit Zugang zu allen wichtigen Persönlichkeiten in London hat, selbst zu Churchill und zum König. Hess erinnerte sich an die Macht des Kaisers und glaubte, der englische König würde genauso großen Einfluss haben. Er hatte keine Vorstellung, wie unsere konstitutionelle Monarchie in einer Demokratie funktioniert. Hess besorgt sich Bücher und Landkarten. Er will selbst nach Schottland zum Landsitz des Duke of Hamilton fliegen und mit ihm verhandeln. Er weiß, dass Hitler wenige Wochen zuvor seine Generäle beauftragt hat, den Russland-Feldzug vorzubereiten. Er weiß auch, wie schwer ein Zwei-Fronten-Krieg zu führen sein wird. Hess blüht auf. Er ist besessen von der Idee, seinem Führer doch noch den kriegswichtigen Separatfrieden mit England zu bringen. Bei der Firma Messerschmidt in Augsburg besorgt sich Hess eine Mee 110. Im Herbst 1940 beginnt er mit Trainingsflügen. Hess kam dann jeweils und hat wieder Trainingsflüge gemacht, bis zu einem Zeitpunkt, als er sah, dass wir im Einflugbetrieb an den Mee 110 Außenbehälter anbrachten. Man hatte also dann den Vogel praktisch von vier Flugstunden auf zehn Flugstunden erhöht. Und die Eindringtiefe war entsprechend größer. Und das wollte nun Hess auch an seiner Maschine haben. Für uns unerkennbar zu welchem Zweck. Zweimal startet Hess im Winter 1940-41 Richtung Schottland, muss aber wegen technischer Probleme umkehren. In den Plan sind nur sein Diener und sein Adjutant eingeweiht. Über diesen Flug habe ich gar nichts gewusst. Ich habe lauter Einzelteile. Man hat hinterher gemerkt, wie schlau er das verteilt hat. Ich habe geglaubt und gehofft, dass er diese Flüge, also dass es seiner Entspannung zwischendrin dient. Und ich wusste auch, dass es der Führer nicht wissen darf. Täglich muss die Sekretärin telefonisch Wettermeldungen einholen. Hess weiß, die Zeit drängt. Nur er kann dem geliebten Führer den schwierigen Zwei-Fronten-Krieg doch noch ersparen. Was Hess nicht weiß, die britische Zensur in London hat den Brief an den Duke of Hamilton abgefangen. Er wird an die Geheimdienste und das britische Außenministerium weitergeleitet. Dort findet der Brief zunächst wenig Beachtung. Hamilton wird davon erst im April 1941 erfahren. Der Brief wurde verlegt und vielleicht hat das MI5 ja auch wichtigere Dinge im Kopf. Weder sie noch mein Vater wussten, was hinter dem Brief steckte. Und niemand erwartete Hess. Bis zu seiner Ankunft am 10. Mai 1941. Und sie fielen natürlich aus allen Wolken. Der 1. Mai, dem nationalen Feiertag des deutschen Volkes, übergab der Stellvertreter des Führers, Rudolf Hess, in den Messerschmidt-Werken in Augsburg, die goldenen Fahnen. Mit Wirkung vom heutigen Tage hat der Führer zu Pionieren der Arbeit ernannt, Professor Dr. Willi Messerschmidt. Eine der letzten öffentlichen Auftritte von Rudolf Hess. Bis heute wird spekuliert, wusste Hitler wirklich nichts von der geplanten Mission? Mein Mann ist am 10. Mai an einem Samstag geflogen. Und an dem Montag vorher ist er in Berlin gewesen und hat mehrere Stunden Mutterseelen allein mit Hitler in der Reichskanzlei gesprochen. Kein Mensch weiß, was sie gesprochen haben. Nachher ist dann die Tür aufgegangen und Hitler ist rausgekommen, den Arm um meinen Mann gelegt und hat lachend gesagt, Hitler, Hess, Sie sind ein alter, ekelhafter Dickkopf. Ich weiß das ja schon seit langem. Daraus schließen nun einige, dass der Flug mit Wissen Hitlers ist, was ich nicht glaube. Hess hat sich vor dem Flug vergewissert. Der Führer ist noch am Frieden mit England interessiert. Wenn er ihn erreicht, ist er ein Held. 10. Mai 1941. Hess startet um 17.45 Uhr. Ja, es war ein Tag eigentlich wie immer. Er hat mittags noch Besuch gehabt. Dann ist er noch zum Jungen reingegangen, ins Kinderzimmer, hat den Jungen noch angeguckt und stand dann bei mir. Und das hat er mir später mal geschrieben. Es hätte ihn also eiskalt durchfahren. Ich hätte ihn nämlich gefragt, wann kommst du zurück? Dann hat er gesagt, ach, ich nehme an, Montag. Und da hätte ich plötzlich den Kopf geschüttelt und hätte gesagt, das glaube ich nicht. Hess lässt Frau und Sohn zurück. Für wie lange, ahnt er nicht. Er glaubt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Engländer einlenken. Nie vor dem hat ein Deutscher so große Macht seiner Hand vereint wie der Bühre. Mag England den Luftkrieg führen. Es wird nur sein Land der Zerstörung durch unsere Bomben und Torpedos preisgeben. Bei Sonnenuntergang überfliegt Hess die schottische Küste. Doch die schottische Luftabwehr, für die ausgerechnet Hamilton zuständig ist, entdeckt verwundert die einsame Mäh 110. Zwei Spitfires wollen Hess stoppen, doch er kann entkommen. In derselben Nacht erlebt London den bis dahin schlimmsten Luftangriff der Deutschen. Das britische Parlament wird schwer getroffen. Gegen 23 Uhr springt Rudolf Hess mit dem Fallschirm über Schottland ab. Sein Ziel, den Landsitz des Duke of Hamilton, verfehlt er nur knapp. Die politische Karriere des Rudolf Hess endet 20 Kilometer nördlich bei einem Vorort von Glasgow. Ich höre Adolf Hitler mit einer unerfütterlicher Treue. 10. Mai 1941. Rudolf Hess fliegt nach England. Warum? Der Flug macht ihn zum Mythos. Ich bereue nicht. 46 Jahre Haft und nie ein Wort der Reue. Im Fichtelgebirge die kleine Stadt Wunsiedel, Heimat der Familie Hess. Und jedes Jahr im August Treffpunkt der rechten Szene. Neonazis aus ganz Europa pilgern hierher zum Todestag von Rudolf Hess. Der Friedhof, ihr eigentliches Ziel, ist Sperrgebiet für die Demonstranten. Auf seinem Grabstein steht, ich hab's gewagt. Wer war Rudolf Hess und was hat er gewagt? Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler ist Hitler! 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 Geboren wird Rudolf Hess 1894 in Alexandria. Vom Leben der Ägypter bleibt er abgeschottet. Der Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie wächst deutsch auf. Zum Weltbürger wird er nicht erzogen. Zu Hause ist es eben deutscher als deutsch fast zugegangen, weil wir sehr stark mit Deutschland verbunden waren, wie die Auslandsdeutschen an und für sich meistens oder überhaupt. Als Stellvertreter Hitlers wird Hess später Ägypten wiedersehen. Da ist aus seinem Nationalismus... Die Völker unterscheiden sich voneinander durch ihre höheren und geringeren Rasseeigenkraften. Die Rasseeigenkraften des deutschen Volkes gehören aber zu den besten der Welt. Der Vater führt in der Familie ein strenges Regiment. Er will, dass sein ältester Sohn einmal die Firma übernimmt. Rudolfs naturwissenschaftliche Neigungen interessieren ihn nicht. Er ist 14 Jahre alt, als ihn der Vater zur Ausbildung nach Deutschland schickt. Im Rückblick wird er später schreiben. Als einmal der liebe Vater feierlich die ernste Frage an mich stellte, was ich werden wollte, in dem Ton, bei dem allein uns schon das Blut zu gerinnen drohte, da kam es mir gar nicht in den Sinn, etwas anderes zu stottern als Kaufmann. In einem Internat, dem Godesberger Deutschen Haus, macht Hess den Realschulabschluss. Später in Hamburg eine Kaufmannslehre. Sommer 1914, Mobilmachung für den Ersten Weltkrieg. Für Rudolf Hess ist es die Chance, aus dem vom Vater bestimmten Leben auszubrechen. Hess meldet sich sofort freiwillig und wartet ungeduldig auf seinen Marschbefehl. Der Fronteinsatz, für Hess eine nationale Pflicht, das grausame Kriegsgeschehen, ein herrliches Abenteuer. Begeistert schreibt er seinen Eltern. Brennende Ortschaften, packend schön, Krieg. Im Herbst 1917 wechselt Hess zur Luftwaffe. Doch der leidenschaftliche Flieger kommt nicht mehr zum Einsatz. Der Krieg ist aus. Deutschland muss in einem Eisenbahnwaggon bei Compiègne den Waffenstillstand unterschreiben. Der Nationalstolz des jungen Hess ist tief getroffen. Entsetzt schreibt er seinen Eltern. An den Frieden darf man nicht denken. Das Einzige, was mich hochhält, ist die Hoffnung auf den Tag der Rache. Der Versailler Vertrag, ein Schock. Das führende Vertreter der Weimarer Republik Juden sind, schürt den Antisemitismus. Auch Hess glaubt an die Dolchstoßlegende, wonach jüdische und linke Vaterlandsverräter der siegreichen Armee in den Rücken gefallen sind. Ich selbst war bis dahin kein Antisemit. Die Tatsachen von 1918 und später waren aber so in die Augen springend, dass ich mich zum Antisemitismus bekehren musste. Rudolf Hess geht nach München. Hier beginnt er ein Volkswirtschaftsstudium an der Ludwig-Maximilian-Universität. Und er hört Vorlesungen über Geopolitik, die ihn faszinieren. Er lernt, dass es Völker gibt, die zum Herrschen bestimmt sind und deshalb um Lebensraum kämpfen müssen. Die Theorie von Professor Karl Haushofer. In Mein Kampf werden Hess und Hitler sie später aufgreifen. Und der verehrte Professor wird zum väterlichen Freund seines Studenten Rudolf Hess geworden sein. Für meinen Vater war der junge Hess einer von den, hätte ich fast gesagt, zahlreichen jungen Offizieren. Die, als aus dem Krieg herauskamen, noch ohne einen rechten Boden unter die Füße bekommen zu haben. Und die man irgendwie ins Leben hineinführen musste. Und das war für ihn eine Erziehungsaufgabe. Zur selben Zeit, in derselben Stadt. Der gefreite Adolf Hitler kommt zurück nach München. Mittellos, ohne Perspektive, stößt er 1919 zur Deutschen Arbeiterpartei, die sich im Hinterzimmer des Bierkellers Sterneckerbräu trifft. Im Februar 1920 reist Hitler die Führung der Partei an sich, die Geburtsstunde der NSDAP. Aus dem ersten Parteibüro werden die Nazis im Dritten Reich ein Museum machen. Hitler bewohnt ein kleines karges Zimmer in Schwabing, Tierstraße 41. Wenige Straßen von Hess entfernt. Während Hitler sich als politischer Redner in Bierkellern durchschlägt, radelt Hess als Vertreter einer Möbelfirma durch München, um sein Studium zu finanzieren. Bald werden sich ihre Wege kreuzen. Rudolf Hess wohnt mit anderen Studenten aus Gutem Hause in einer Schwabinger Pension. Zum Studium bleibt ihm nicht viel Zeit. Hess hat sich dem republikfeindlichen Freikorps-App angeschlossen, um gegen die rote Gefahr zu kämpfen. Wie in anderen deutschen Städten herrschen auch in München bürgerkriegsähnliche Zustände. Und Hess sucht Halt bei rechtsextremen und völkischen Gegnern der Weimarer Republik, wie der Thule-Gesellschaft. Im noblen Hotel vier Jahreszeiten trifft sich diese antisemitische Sekte. Auch hier ist Hess Mitglied. Hitler hört er erstmals im Sterneckerbräu. Es ist Frühjahr 1920. Hess hat seinen Führer gefunden. Da entsinne ich mich also sehr genau. Da schoss er mal abends herein, weil er also erklärte, wir müssten mit ihm in dieses Sterneckerbräu gehen und müssten diesen Mann, diesen Adolf Hitler, sprechen hören. Das wäre also ein unerhörtes Erlebnis. Und er wäre überzeugt, dass nun endlich der Mensch da wäre, der den Friedensschluss von 1918 wieder wettmachen würde. Als Mitglied Nummer 16 tritt Rudolf Hess wenig später in die NSDAP ein. Für Hitler lässt sich auch seine Freundin und spätere Frau Ilse begeistern. Was sie zum Eintritt in die Partei veranlasst? 1938 schreibt sie in einem Fragebogen. Der Besuch eines Sprechabends mit Adolf Hitler im Sterneckerbräu, wo sie überall dabei war. Eigentlich überall in den ersten Jahren, in jeder Versammlung, aber als Frau natürlich stets passiv. Auf ihren Spaziergängen im Englischen Garten versucht Hess auch seinen Professor für Hitler zu gewinnen. Aber Karl Haushofer nimmt Hitler nicht richtig ernst. Hinzu kommt, seine Frau Martha ist jüdischer Herkunft. Später wird Hess solche Ehen verbieten. Die Rasseeigenschaften des deutschen Volkes gehören zu den besten der Welt. Und vor allem dürfen die nicht vermengt werden mit den jüdischen Rasseeigenschaften. Der Herrgott hat unser Volk ausgezeichnet vor anderen. Ihm sind wir schuldig, es nicht allmählich herabdinken zu lassen auf die Stube von ihren Völkern. Mein Großvater war der väterliche Freund und dann hat Hess ja später Hitler kennengelernt. Und mein Großvater hat mit Hitler eigentlich nichts anfangen können. Da gibt es die Geschichte, die mir mein Vater erzählt hat, dass ihm sein Vater eines schönen Tag... ...zu heiraten, auch um Gerüchte über homosexuelle Neigungen aus der Welt zu schaffen. In der Villa der Familie Bruckmann feiert das Paar Hochzeit. Adolf Hitler und Karl Haushofer sind die Trauzeugen. Die Gerüchte um Hess Homosexualität aber bleiben. Die Ehe steht ganz im Schatten der Liebe zum Führer. Ilse schreibt, was die ehelichen Pflichten anbelangt, so komme ich mir manchmal vor wie eine Klosterschülerin. Sportpalast November 1928. Hitler tritt erstmals in Berlin auf. Ein Erfolg. Aber noch dauert es, bis alle dem Führer so bedingungslos folgen, wie Hess es verlangt. Hess spinnt im Hintergrund die Fäden. Er organisiert die Auftritte und studiert mit Hitler seine Reden ein. Die Nähe zum Führer und die selbstlose Arbeit für die Bewegung werden zum einzigen Lebensinhalt. Seinen Eltern schreibt Hess... ...den Tribunen erkenne ich als Führer an. Zu ihm stehe ich in einem persönlichen Vertrauensverhältnis. Sonst hat mir niemand etwas drein zu reden. Der Führer, den das Flugzeug nach Allengauen Deutschlands geführt hatte, drab auf den Flughafen von Königsberg ein. 30.000 Kilometer legt Hitler allein 1932 zurück. 200 Auftritte. Er will Wahlen gewinnen, um nun die NSDAP auf legalem Weg an die Macht zu bringen. 30. Januar 1933. Die Machtergreifung Hitlers. Der vielleicht glücklichste Moment im Leben von Rudolf Hess. Hess schreibt an Ilse. Träume ich oder wache ich? Das ist hier die Frage. Auf dem Hartschimmelhof, dem Landgut von Professor Karl Haushofer, wird nicht gefeiert. Seine Frau Martha hat Angst. Was wird nun aus ihr? Was aus ihrer jüdischen Verwandtschaft? In der Familienchronik schreibt sie Sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten. Siegesfeier, mit sehr besorgtem Sinn angehört. In der Nacht Überfall durch einen Trupp bewaffneter SA, aber frühmorgens Rudolf Hess angerufen. Um mich zu beruhigen, kam er selbst und hinterließ schriftliches Verbot jeder weiteren Belästigung. Der Vorschlag machte doch, mit ihm zusammen zu einem Tee ins Carlton zu gehen. Da gab es so ein paar Münchner Damen, die also Hitler sehr gefördert haben, Bruckmann und dergleichen. Und mein Großvater sagte zu meinem Vater, du, da wirst du einen komischen Vogel kennenlernen. Der Student Rudolf Hess sieht in diesem komischen Vogel den Mann, der Deutschland wieder zur Höhe führt. So der Titel des Aufsatzes, mit dem Hess 1922 sogar ein Preisausschreiben gewinnt. Darin zeichnet er den Führer, dem er fortan folgen wird. Er hat einzig und allein vor Augen sein Ziel zu erreichen, stampft er auch dabei über seine nächsten Freunde hinweg. Im November 1923 will der von Hess ersehnte Diktator die Macht an sich reißen. Im Bürgerbräukeller stürmt Hitler eine politische Versammlung und lässt Geiseln nehmen. Hess soll sie außerhalb von München verstecken. Unterdessen bläst Hitler zum Marsch auf Berlin. Doch bereits an der Feldherrenhalle stoppt die Polizei den Zug. Hitler wird verhaftet. Hess kann fliehen und taucht zunächst unter. Als Staatsfeinde werden die Putschisten im sogenannten Hitler-Prozess aber nicht behandelt. Hitler, zwar zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, wird nur neun Monate absitzen müssen. Hess stellt sich freiwillig und kommt ebenfalls nach Landsberg. An seine Mutter schreibt er, So bin ich glücklich hier gelandet und kann täglich zusammen sein mit dem prachtvollen Menschen, mit Hitler. Hess beschreibt die Zimmeraufteilung und schwärmt von den komfortablen Haftbedingungen. Man sitze bei Kaffee und Kuchen in gemütlichen Korbsesseln. Herrlich auch das heiße Bad. Im modernen, nur für uns bestimmten Badezimmer. In Landsberg schreibt Hitler Mein Kampf. Der Führer diktiert, Hess tippt. Sätze wie Nach der Arbeit an Mein Kampf wird Hess wie kaum ein anderer die politischen Ziele Hitlers verinnerlicht haben. Er schreibt Nach der Haftentlassung und Neugründung der NSDAP macht Hitler Hess zu seinem Privatsekretär. Gleich einem Schatten folgt er nun seinem Führer. Hinter vorgehaltener Hand wird er Fräulein Hess genannt. 1927 drängt Hitler Hess, seine Verlobte Ilse Pröl zu.